So, nach schönem Milchreis mit Kirschen geht es nun weiter zu Level 28 Satisfying Ground oder was ich gerade gelesen habe. Irgendwie so. So. Okidoki. Fuck. Also ich kann englisch leben, aber nicht so schnell, ihr Bitches. Ok. Oh. Oh. Hab ich? Ja, doch hab ich schon. Na gut. Hab ich auch schon alles. Was also gerade, was Iron Manation angeht, sieht es schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Voll unfair. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht so gut vertreten würde, was ich nicht so gut vertreten würde. Oh, Alter. Ja. Das war's für heute. Oh Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte mir gerade diese fucking Ruhe holen. Äh. Ah, das ist schon wieder verkackt. Ich muss natürlich schon eine richtige Waffe rausholen. Oh Gott. Ah. 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 Geht doch. Oh, das ist doch schon mal ein bisschen besser aus von der Startposition her. Hat doch irgendwie so gute Wünsche. Gut. Oh, die sieht ja mal geil aus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich folge einfach mal den Weg hier. Ja, nein, hier ist das Halter. War das nun mal gar nicht, war das schlecht. Alter, ich hab grad mal... Oh! Gut, da brauche ich also hier hin. Oh Gott, Alter, ich hoffe, ich laufe sie nicht. Aha! Habe ich das sogar instinktiv richtig gemacht. Ja, komm, ich muss die erste Rieche. Dankeschön. Wo gehst du weiter? Nein. Boah, Alter, bitte was? Äh... Da sieht der mal geil aus. Alter Scheiße! Also... Oh! Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Ich meine, gut, wir haben Automap, aber... Jetzt habe ich darauf, ich habe angefangen... Oh! Oh. Oh! Oh! Oh. Das sieht ja mal eklig aus. Noch ein bisschen Pfeffer rein. Trühwürfel und dann passt das doch schon fast. Oh. Kann ich die reinmachen? Boah alter. Nein, nein, das war... Oh. Achtung. F***. F***. B*** please. Mach jetzt mal. F***. Wer kommt? Das habe ich gewusst. Na komm, komm, komm. Alter. Na komm. Na, muss ich schießen mal? Ach Gott. Ach Gott. Oh, alles andere hätte nichts gebracht. Man muss ja schon realistisch bleiben. Na komm, brauch leben. Das ist das Bullshit. So, die habe ich ja wirklich. So. Geht auch schon das drinnen? Das ist ja wirklich. Na komm. So. Na komm, komm. Ich merke jetzt schon wieder, wie ich überall hängenbleibe. Das ist doch zum Mäusemelken. So. Aha. Ach du Kacke. Ach man ey, ernsthaft jetzt? Ach Gott, ernsthaft jetzt. Ach na ja, komm. Kann los, mach mal. Du hast das jetzt ja. Darf ich auch mal angreifen? Nein, darf ich nicht. Okay. 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 mach auf, mach auf jetzt ich weiß mittlerweile, du wieso nicht mehr rufchen muss von daher ja komm, alter, ernsthaft jetzt ah, meine Fresse, mach doch hin wo ist er denn jetzt so hier war jetzt auch noch einer ah, der weg? gut oh, alter ja ja, klar also, ich hab jetzt... aber ich hab noch zu mir gedacht ich hab noch zu mir gedacht also, jetzt hab ich die blaue Karte so wo war denn hinten noch? hier ach komm okay, da kann ich nicht rein ach, ne, bitte ich hab noch einen Schalter oder... okay na gut na gut es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt für jetzt als Völkens wichtig ist von daher ja 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 da unten da unten kann man noch lang allerdings hab ich hier keine Rüstung was natürlich wieder logisch ist ist aber kein Problem ich hab ja mittlerweile viele Punkte gesammelt von daher ach, okay super, okay äh ach so, hier ist gar nichts das ist ja nett okay 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 verstehe so, Nummer 1 hab ich eigentlich war davon aus, dass ich hier die anderen beiden finde aha so na komm komm oh, alter ja hab ich jetzt mal geht doch na na wie ich echt an jeder einzelne Kante hängen bleibe mhm fernern fernern das war jetzt auch fernern ok danke jetzt sind wir runter oh oh Gott, hier geht's auch mal lang äh interessant ah schau mal an das geht doch hier mal weiter holy shit oh alter, der Himmel sieht aber echt geil aus respekt respekt nehmt ihr genau so hier ist alles richtig hier passt die skybox und geht perfekt man hat wirklich das Gefühl, das passt das ist keine skybox, sondern das ist tatsächlich hier Teil der Welt das sieht tatsächlich geil aus tja, ich überleg grad ob ich eine Screenshot mache und das direkt als Submware buchladet hoffentlich schlägst du Google vielleicht automatisch vor ja weil normalerweise nämlich bei Submits immer eins von den drei die mit Google immer vorschlägt also YouTube was ja letztendlich Google ist achso, muss ich ja noch nicht auch vorhanden ähm ja doch, hier aber gleich wir haben ja nichts zu verlieren weil wir schöner ist aufgrund der extremen Farming ich meine, wir haben immer noch 50.000 Punkte also, äh, Credits es ist so abratzig overpower ok, hier kriege ich keinen Schaden hier kann ich gar nicht hin boah, ach nö, ernsthaft alter, das wird so arschfick, wenn man hier nicht durch kann das wird ja richtig behält hä, durch manche, oh Leute, ernsthaft ich meine, durch manche kann man nicht durch, durch manche nicht oder bin ich gerade durch was anderes gelaufen ach, verstehe ich nicht na super also noch ein richtig schönes, halbtransparentes Labyrinth als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte ich meine, gut, mittlerweile ist es Nacht jetzt sehe ich das, was auf dem Bildschirm ist, wird es nicht besser ich bin heute Mittag, als ich das erst, äh, als ich diese andere im Dorf genommen habe äh was ist das, ist das eine Flamme oder? eher doch eine Flamme naja, als ich die andere mit aufgenommen habe, die so auch so in diesem Dschungel, äh, stil war da kann man auch das Problem hinzu, dass ich, äh, ich hab ja das nicht im Kreis ähm, ähm, das ist da draußen so hält, weil das die Milchirm kommen, äh, kaum gesehen habe ich muss praktisch den Gamma-Wert auf 1,5 setzen ich meine, ich hab davon nichts gesehen, weil das Transparentabgehen halt also, im Video hat man davon nichts gemerkt Linux sei Dank aber ich hatte halt direkt an der Ausgabe eine Gamma-Korrektur von 1,5 das ist immens und hatte trotzdem kaum was gesehen gehabt also, das war und wie gesagt, ich hab extra für die Aufnahme hier schon so ein, äh, Industrie-Monitor der ist was von der Farbechtheit nicht so gut wie, ja, Gaming-Monitore oder ähnliches also, gerade wirklich sattige Farben hat man nicht gerade aber dafür kann man die Farben eigentlich auch in heller Umgebung erkennen aber wie gesagt, da war heute echt keine Chance Alter, wo muss ich denn jetzt hier überhaupt... hier ist alles zu kann man mal irgendjemand sagen, wo ich... hier ist doch auch zu halt, da krieg ich... wird sich gleich verrückt oder, oder, oder muss man hier gar nicht irgendwo hin versuch mal hier... nee okay aber das ist doch bescheuert, ist das doch... hallo, wo... da ist doch... nee oh, alter ich krieg hier gleich einen Krebs jetzt bin ich hier hinten aha, na geht doch ja, wo hier war ich doch gerade eben okay so, sprechen wir mal... so, sprechen wir mal... ich werde jetzt durch... die gesamte Strecke lang ist vorgleich Monster das war so... das erinnert mich jetzt gerade an... 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 welches Spiel war denn das... ist mir auch egal... aber es sieht geil aus... außer das hier... das sieht nicht geil aus... oh! 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 hier ist ein Schalter hier ist ein Schalter hier ist noch Power hier ist noch ein Schalter hier ist noch Power hier ist noch Power Alter, wo ist der denn jetzt hin? äh... wie viel sieht es aus wie... klar, Half-Life ich... ah, der Halter funktioniert gut wow! Emergency Power Generator activated also... auf deutsch Notstromgeneratoren aktiviert Danke... danke... ich würde lachen... ich würde lachen... wenn's jetzt so abläuft... wie bei... äh... äh... generally... hier... Half-Life war, wie little... hier keine Maus-Tour... Weil das der einzige Raum ohne Fenster ist. Danke. Achso, und schon mal als kleinen Vorgeschmack. Ich werde Brutal Doom. Auch mit HXRTC spielen. Also endlich mal ein Interface, wo man sieht, was man eigentlich macht. Weil das ist hier, das ist eins von den Sachen, die ich persönlich so an Brutal Doom am meisten mag. Dieses Interface von HXRTC. Warte, ich gucke jetzt mal raus, weil ich denke, da kommt so über welche 50 Monster. Äh. Habe ich was gesagt? Ach, weil... Ja. Sag dich doch, irgendein Raum aktiviert die ganzen Monster. Und welcher Raum ist denn wohl prädestinierter dafür, als ein Monster, in dem es einen Schädel gibt? Na super. Hoffentlich. So. Und wieder die ganzen Pinkies. Heißt also, ich kann wieder kaum agieren hier. Oh Gott, das wird Katastrophe. Ach du Scheiße. Vor allem, weil ich nicht gerade viele Raketen habe. Scheiße, ich habe gerade noch sieben Stück. Ist das jetzt euer scheiß Ernst hier? Okay. Ach du Kacke, und auch die Cyberdemons. Alter, ich glaube es nicht. Wow. Okay. Ach du Scheiße, der ist ja direkt, äh, in that face. Kacke, noch jetzt. Hilfe. Ach du Scheiße, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Wo muss er jetzt hin? Oh Scheiße. Warte, kommt rein? Oh Gott, ich bin tot. Alter, ich bin tot. Digger, was für ein Glück. Alter, ich hab's zu tun, ich muss jetzt nicht sterben. So, ich will nur mal ganz kurz gucken, was hier drin ist. Ach so. Ach so. Ach so. Nee. Brauche ich nicht. Boah, der ist auch mit Blitzen. Fotze. Ach so, hier geht's nicht weiter. Boah, der bringt uns ja jetzt gar nichts. He, he, hä? Oh Gott, ich bin kapiert. Alter. Da geht's zurück. Der Spalt, der am schmalsten ist, der ist der, womit zurück muss. Denn am wenigsten ins, 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 ins Augenlicht, äh, wie sagt man? Na, der braucht man eigentlich, oh Gott, ich hab's gewusst, ich hab so was von gewusst. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mir hier die Zeitkriege aufgenommen habe. Hä? Ach so. Das ist nicht mal der Weg. Oh Gott, das ist nämlich ein ganz schlimmes Ende. Wobei hier jetzt keine Monster sind. Oh nein, 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 nein. Alter, das kann nicht sein. Oh, scheiße. Okay, ja, ich hab ihn festgefahren. Kommt er jetzt hier raus, oder was? Also ich hab's dann abgehend. Geht doch. Holy shit. Was ist das? Was soll das sein? Alter. So, jetzt komm ich hier wieder raus. Und hab ich schon den roten Skulp. Also, Schädel. Im Deutsch klingt das Wort Skulp so scheiße. Das klingt so komisch. Äh, nein. Bitte einmal. Na komm. Äh. Auf ne Verschwendung ich hier mache. Na komm. Na komm. Ah, komm nochmal raus hier. Ach, schluss. Hallo? Ach komm, leck mich. Danke. So. Das Tor öffnet irgendwo anders. Das Tor öffnet auch irgendwo anders. Ah. Ah, lecker. Oh, oh. Raus. Alter. Scheiße. Fuck. Komm dir zu mir? Ja, die kommt zu mir. Gut. Vorteil, ich wollte es zu denen kommen. Nachteile, die schießen auf mich. Äh, Vorteil, sie schießen auch auf sich gegen mich. Äh, lalala. Auch gegen dich selber. Boah. Wer denn? Wo denn? Wer hat mich da gerade abgeschossen? Ist sie noch alle drei beschäftigt oder nicht? Ach, das ist noch einer. Ich dachte, ich dachte, sie sind alle drei beschäftigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Alle weg. Alle weg. Dankeschön. So, wir können mal gucken, wo ich hier weiter muss. Ah. Oh, Alter, gleich zwei. Wenn einer nicht reißt, nehmen wir doch nicht weiter zu. Ähm. Dankeschön. Bei einer meiner Zeit, der jetzt gerade auch abgelaufen ist. Fast. Also, wenn jetzt Monster spawnen, sollten wir überall. Wovon ich ganz stark ausgehe. Dann sieht es mir schlecht aus. Hä? Oder auch nicht? Ja, das sieht ja nicht relativ ruhig aus. Nice. Okay. Ach ja, stimmt ja. Hat sich auch verbraucht. So. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt habe ich alle drei. Also kann ich jetzt ja wahrscheinlich noch da oben. Hä? Oder auch nicht. Ach. Falsche Richtung. Klar. Da. Dankeschön. War zur Hölle. 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 War zu. Okay. Soviel zur 28. Das war ja wieder einmal gut! gut